hey leute und herzlich willkommen zurück auf dem crash academy channel heute gibt zwar was ganz was anderes wir haben gedacht wir zocken jetzt einfach mal so für euch aber auch für uns wir spielen einfach mal an einem freitag abend worauf wir gerade bock haben und worauf haben wir das problem ist ich habe die deutsche version ist mein darling wo ist die zweite hier wunderbar je mehr gibt es aber nicht nehmen wie du brechstange oder axt oder was dann will ich natürlich der axt haben ja aber du dreckiger stuhl kann ich jetzt eine primary hat man auch noch nehmen du hast zwei pistolen das ist deine primary so okay also zombies schlachten oder sehr gut so westen rochelle ist diesmal nicht dabei das müssen wir jetzt unter uns aus aber dafür der herr valmont ist da und fürst vasilie fürst vasilie da 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 stay together to survive so Content doch so also du kannst du kannst dass ganze hier schon du gehst vor ich kenn überhaupt nicht ja kannst du status ach se dass viele vorsicht hinter uns ja sie kommen auch zwischen deckel ja wir müssen gehen ok nehmen wir hier ist noch kram überall die ist tot die alle so weapons weapons die pistolen haben unbegrenzt munition ist stinkt da kann man dich noch wiederbeleben steht noch wieder eins damit damit das war ja ekelhaft die kremen immer ein wird heftig los das ist mal jenen hier ja wir müssen weiter kommen ja rennt doch nicht weg die renne ich denn überhaupt langsam laufen valmont bist zu weit weg das ist die flieger davon Ihhh da ist so ein Fettzack! Ihhh! Da ist so viel auf mir geplatzt! Aaaaahhhh! Oh ja, das wird super! Achtung, sie kommen! Reload! Ja! Ah, hier sind auch noch welche! Yo! Oh! Reloading! C'mon! Reloading! Ok, let's go! Oh, ist das eine gute Idee hier draußen drum zu laufen? Ne, dein Hanzardzeug nicht runterschubbt! Ne, schubbt! Ne, schubbt! Oh, ein Pfotchen, schallt hier! Au, au, au! Ich bin verletzt! Ich bin verletzt. Ja, ich komme. Oh 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 oh. Nein. Ich glaube nicht, muss jemand hochziehen. Ja, ich bin dabei. Oh, ist das schlecht, ist das schlecht. Danke so. Gibt's hier nen Health Kit? Mann, vorwärts jetzt. Ich muss mich heilen. Warte, warte, warte. Du stehst. Da hinten ist schon der nächste um die Ecke. Ich seh's schon. Da sind noch mehr. Jetzt nicht mehr. Da ist einer hinter der Tür. Jetzt nicht mehr. Geht's draußen weiter und hinten weiter? Warum seid ihr halt nicht reingegangen? Hier draußen aufm Simps ist doch super. Da können sie nur von einer Seite kommen. Ich mag das hier draußen nicht. Motherfucker. Ich lauf mal rückwärts. Ah, hier ist so ein riesen Vieh. Ein riesen Vieh. Ich hab ihn. Dammit. Dammit. Auf dem Klo war noch einer. Oh. Da kommt noch so ein Vieh. Where? We're loaded. Aua. 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 Feuer, du bist immer so grob. Ja, ich bin immer so. So. Gut. So, ab ins Klappenhaus. Let's do this. Schiff. Nur für Information. Wie heilt er sich eigentlich? Aua. Mausrad. Fuck, ekel. Vorsicht. Du musst ja rüberspringen, oder? Wie ist denn das Health Pack benutzen? Mausrad. Mausrad. Okay. Aua. Shit. Zieh sie raus. Zieh sie raus. Komm hoch. Komm hoch. Ja, jetzt kommen sie nämlich. Ach, wundervoll. Aua. Achtung, sie kommen von oben. Achtung, Schande. Reloading. Nicht stehen bleiben. Ja, dann gib ihm mal einen Grund mich zu bewegen hier. Hopp, 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 hopp. Sie kommen durchs Feuer. Ja. Jetzt nicht mehr. Alter, Hilfe. Zieh mich mal einer hoch hier. Ja, sofort. Oh, shit. Watch out. Ah, danke. Thank you. Hat jemand dich hochgezogen, oder hast du es alleine geschafft? Oh, shit. Nee, Rossi hat ihn nicht mehr so weit. Everybody grab a weapon. Out here on the ledge. Eieieiei. Was ist das eigentlich für ein komischer Piss hier? Warum können wir nicht einfach halt so, äh... Wieso laufen wir eigentlich gerade wieder zurück? Ja. Laufen wir nicht. Wir sind eine Etage tiefer weg. Ja, das ist klar. Aber warum können wir das nicht einfach bis ganz da unten nehmen? Laufen. Tozer, laufen. Na doch nicht hier rein, hier brennt's. Ah, crap. Nicht in meinen Arsch schießen. Was? Ach, Defibrillator. Ja, nehm mit. Bin nicht mehr ganz so frisch, ne? Nur aus 60, 60 Hells. Ehh. Über 73. Oh, hab ich nur noch eine Knarre, was ist jetzt los? Fuck. Hey, I'm reloading. Happy Herbst. Öhh, geh weg, oah. Fuck, hinter mir, hinter uns. Ne, hinter uns ist sauber. Hm. Ist das Gefühl, ich komm gleich von oben. ich brauche das medikit brauche ich ach so scheiße ich brauche das medikit gebraucht bei uns allen gleich aus glaube ich 30 habe ich noch nur 73 aber nur noch eine wummel ist es fällt mir ein bisschen warte warte ich werde gerade geheiligt 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 geheilt dacke sie kommen was ist denn das hier eine rohrbombe super was für stress spiel da hinten kommt wieder eine ha ha die sky gestorben ich bin ein bisschen orientierungslos hin mit meiner fahrstuhl wobei es blöde idee ist bei dem feuer einen fahrstuhl zu benutzen aber gut hätte ich jetzt aber achten müssen auf was ich drücke ja ich glaube nicht aber wie es aussieht L ist erdgeschoss ne muss stimmen der wesens fällt man nicht mehr so tief shocking oh ne oh ne ich glaube wir müssen schnell sein sie stehen auch super da vor der tür jetzt qualmt es richtig Ja, das war eine großartige Idee. Okay, jemand alertet die Horde! Bis hier raus, bis hier raus. Ja, bis hier raus. Ne, ich hab mal ein Fahrspiel. Hat ja hier durch! Äh, was für ein Ekel. Oh, Schrote gibt's auch hier, geil. Aber ich glaube, ich nehm die Submaschinengang. Die Ingram, ne? Ist das oder was haben wir jetzt? Sieht so aus. Oh, Rauch war hier für uns selten, geil. Raus, raus, raus. Oh, hier rumpelt's. Hier, Achtung! Oh, fuck, ey! Rappelkücher! Ne, geh in den Rücken! Ne, geh in den Rücken! Ja, da hast du dich nicht über die Schussi hier stellen! Ah, shit, ey. Wo ist Moschelle jetzt? Boah, die kann doch nix! Das ist korrekt. So, hier durch. Das hat's jetzt ja vollgebracht hier. Was bist du? Aus der Tür raus, aus der Tür raus, Dozer! Geht er weg? Dozer, hinter die Tür! Es sei denn, du willst los! Die braucht schon wieder First Aid! Geht's! Okay, let's go! Ja, ich glaube, wie sie für die Versorgung kommen. Los, ab geht's! 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 Re-loading! Achtung! Geht's! 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 Ja, mach' noch, fuckers! Geht's! 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 Er ist down. Okay, hier links ist dicht. Er ist geradeaus durch. Hab mal von der Maschine bis... Safe room, safe room. Sehr gut. Ein Traum. Ein Traum. Sie ist noch nicht drin. Maja, jetzt komm rein! Ach herrje, Mann. Warte bei euch. Immer daran denken, dass sie erst die Tür zu haben... Oh nein, ich hab nicht geladen. Darum sag, hab ich gerade gesagt. Immer erst die Tür zu machen. Ist auf jeden Fall ein stressiges Let's Play, würde ich sagen. Ich glotze nur noch blöd in die Kamera. Ja, ich auch. Oh. Ja, das war ganz gut. Mein Gott, war das laut. Ja, ich find's super. Ich find's auch super. Ich hoffe, man versteht uns überhaupt noch.